ein kleines tier entdeckt ich muss hier durch wir darf nur einfach nicht so schnell leben verlieren mein kollege hier oh gott verliere ich schnell ausdauer wenn ich renne so da hinten sehe ich es doch schon laufen noch ein stückchen hier lang und so super viel sauerstoff habe ich ja selber nicht mehr 36 können wir kurz ausruhen oh da ist ein boomer hier unten stehen boomer so ab nach hause so geil wir haben besuch ja kein problem mädel wo bist du denn wasser mädel oder rief mirenda ich sehe sie gerade nicht gut da kann sein dass wir vielleicht neues häuschen bauen müssen für sie waffen bergbank unterkunft nein zack jetzt muss ich gerade reparieren sagen Es sieht doch gut aus Mädel, wo bist du? Die versteckt sich irgendwo Ton und Wickel angenommen Muss ich sie zur Arbeit einteilen? Wie war das? Leeres Raster Wo konnte man die Leute einteilen? Was war das hier? Auftrag, Mannschaftszuweisung Olinboa Nicht Zug gewesen, du Machst Basisentwicklung Und ich sehe dich einfach nicht, Mädel Inventar Wildbärer Sauerstoff Äh, Quatsch Sauerstoff Wasser Kann ich das verdorbene Fleisch noch zum Kochen benutzen? Frau Wolf Kartoffeln machen wir mal nicht Ofenkartoffeln, nein Okay, das Mädel sehe ich jetzt dummerweise nicht Aber wir wollten ja jetzt eh mal zu den Boomern So, die waren hier einfach nur die Strasse runter Ja Die können ja saumäßig viel einstecken Oh, gott, gott Oh, gott Oh, gott Wow 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 Okay, sehr geil Find ich wenigstens so ein paar Pfeile Find ich wenigstens so ein paar Pfeile Okay Meins Werken leg dich nicht mit Boomern an So Äh, so Wo waren wir jetzt? Ja Was gab es hier? Singularität Ich glaube, ich gehe nochmal hier runter Know, das ist noch ein paar Pfeile Oh Oh Off Oh If Oh To Oh, scheiße. BK-Ausdauer. So, la 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 la. Kuba Energie, jawoll. Schönen Holzeinsack. Warte mal, das Gebiet müssen wir mal mit Holz markieren. Holz, Holz, Holz. Ich würde sagen, hier so. Hier so. Zoppies. Zoppies. So. 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 Na, reifen wir wohl. You've reached the objective. We will now dig for iris energy. Place the wormhole digger. Oh yes. Oh. So, schön Platz machen. 12 Pfeile. Wow, der war gut. Boas. Ich glaube, ich sollte dann demnächst wieder mein Lager ein bisschen ausbauen. Also, gescheite Zäune außen rum und so. Mal den ganzen Schrott rauswerfen. Plastik und Öl. Korb. Ah. 22 Prozent. Da sind wir. Was war das gerade für ein Geräusch? Okay, 19 Prozent Sauerstoff. Ja. Oh. Okay. Oh-oh-oh. So, um 13. So. La la la. Direkt wieder zurück. Da ist immer gut gelaufen. So, mir rennt da. Kann ich den Schrott hier kaputt machen? Pfff, nö. Wie kriegen wir das weg? Bei der Buse, der Halt für die Füße. Und dann. Da die Wachsteam. Okay, ich möchte wieder. Okay, ich möchte wieder.